Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Inspiration. Ich habe den Auftrag zu dir heute über die Vergebung zu sprechen. Und die Vergebung ist etwas elementar Wichtiges. Und wir alle haben in unserem Leben Menschen, die uns einmal wehgetan haben. Situationen, in denen wir verletzt worden sind. Ja, einige haben auch Probleme mit ihren Eltern und sagen, das geht gar nicht, wie sie mich behandelt haben, bis hin zu schweren Missbrauch, ob seelisch oder körperlich. Dann gibt es Ehefrauen und Ex-Ehefrauen, die wirklich viele, viele, viele Dinge haben, die sie ihren Ex-Männern vorzuwerfen haben. Oder Freundinnen, was auch immer. Geschäftspartner, irgendetwas, was in deinem Leben starke Schwere hervorgerufen hat. Aber es ist wichtig, dass du vergibst. So sehr es auch, wie soll ich sagen, so logisch es auch ist, dass du dort ein Problem hast. Und so sehr, wie der Mensch im Fleisch das auch versteht, es ist doch wichtig, dass wir vergeben. Und wenn wir über die göttliche Versorgung, das Empfangen, das Segen Gottes sprechen, dann ist es einfach wichtig, diesen Aspekt zu betrachten, weil durch fehlende Vergebung dieser Strom, dieser Segen, den du von Gott empfangen möchtest oder auch empfangen sollst, eben blockiert ist. Ihre Vergebung ist elementar wichtig. Und so heißt es in Markus 11, Vers 25, Und du machst mit der Vergebung einen Deal mit Gott. Oder Gott hat dir einen Deal vorgeschlagen mit den Dingen und mit den Richtlinien, die er uns gegeben hat. Mit seinem Wort. Und was sagt er? Er sagt, hey, ich zerreiße all deine Schuldscheine, die ich in der Hand habe, wenn du auch deine zerreißt, die du gegen jeden anderen in der Hand hältst. Und wie genial ist das denn? Weil dieser Deal echt gut ist, weil unsere eigenen Sünden, unsere eigenen Verfehlungen oft gar nicht wirklich in unserem Bewusstsein sind. So viele Dinge, die wir getan haben, wo wir Schuld auf uns geladen haben, so viele Situationen, in denen wir vielleicht ungerecht waren oder andere Menschen verletzt haben. Vielleicht schon, und die meisten von uns schon als Kinder, weil wir einfach gar nicht wussten, ja, was in diesem Moment richtig oder falsch ist. Und Gott zerreißt all unsere Schuldscheine. Und stell dir vor, er hat Schuldscheine im Wert von 6 Millionen, und du hast Schuldscheine in der Hand im Wert von, ich will mal sagen, 20.000. Und wie gut ist das denn, wenn er 6 Millionen Schuldscheine zerreißt und tut 20.000. Vergebung ist etwas, das eine Entscheidung darstellt. Vergebung ist wichtig, Vergebung ist elementar und notwendig. Also trage diesen Kroll nicht länger in deinem Herzen, sondern vergib alles, was du noch zu vergeben hast. Also lass uns kurz gemeinsam beten und den Heiligen Geist bitten, alles aufzudecken in deinem Herzen, was noch zu vergeben ist. Heiliger Geist, im Namen Jesu, bitte ich, dich mir alles zu zeigen, was noch zu vergeben ist. Jesus, führe mich in die Situationen zu den Menschen, denen ich jetzt vergeben werde. Mein Vater im Himmel, ich entscheide mich, allen Kroll, alle Bitterkeit, allen Hass, jetzt und hier abzuleben. Amen. Immer wieder fragen mich Menschen, Miriam, was kann ich tun, wie kann ich mit ihr zusammenarbeiten, wie komme ich in deine Begleitung, wie kann ich in die Gemeinschaft, im Background, in der Akademie, wie kann ich dazu kommen. In den Beschreibungen der Videos findest du die Links, aber schau dich gern um, ruf uns an, kontaktiere uns, buche dir ein kostenfreies Seelenmentoring, eine kostenfreie Heilreise, eine Art Seelsorge, die dich wieder verbindet, die dich wieder die Stimme Gottes hören lässt. Und sei gern Teil der Reise, der 22-Tage-Reise, Divine Manifestation-Leber aus der gottesreichen Quelle, oder aber informiere dich in dem Seelenmentoring über die Kurse, die dir in der Akademie zur Verfügung stellen. Wir geben Lehre, wir schaffen ein Gemeinde- und Heilzentrum, und es wird noch so viel mehr entstehen. Also werde Teil, abonniere unsere Newsletter und sei unbedingt dabei auf dieser Reise. Werde Teil Christi, zum Leib Christi, sei der Arm, der Fuß, der Finger, der Mund, das Auge, denn all das möchte gelebt werden. Gott möchte durch dich in diese Welt kommen. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!